Ich grüße Sie. Seit vielen Jahren wird versucht, durch verschiedene Fördermaßnahmen die Digitalisierung der Hochschullehre voranzutreiben, dabei eine internationale Spitzenstellung zu erreichen und die nachhaltige Überführung von digitalen Ansätzen in den Regelbetrieb zu erreichen. Doch was haben die seit 2000 aufgelegten Förderprogramme bewirkt? Nur wenig. Die Lehre befindet sich in der Breite noch tief im 20. Jahrhundert. Frontalunterricht, bei dem Tafel oder PowerPoint dominieren. Sogenannte Lernplattformen, die von den Studierenden eher als notwendiges Übel betrachtet werden. Dazu Kommunikationsmethoden, die auf E-Mail und Dokumentenversand setzen. Dabei sieht doch der digitale studentische Alltag, wie in der Studie meiner Kollegen Julius Friedrich und Malte Persicke nachgewiesen, doch völlig anders aus. Lernen über das Internet, eine spezielle Plattform wird dazu nicht benötigt, und auch die Methoden der Kommunikation und Kollaboration sind andere, WhatsApp, Instagram, Snapchat oder Google Docs, um nur einige zu nennen. Bezogen auf die Stufen der Digitalisierung befindet sich die heutige digitale Lehre auf der Anreicherungsstufe, die allerdings kaum Mehrwerte generiert. Da helfen auch Vorlesungsaufzeichnungen oder digitale Quizze nur wenig. Die Lehre im Hörsaal ist die gleiche wie noch vor Jahren. Erst durch eine vollständige Integration digitaler Medien in die Lehre als unverzichtbare Bestandteile des Lernprozesses können die gewünschten Effekte erreicht werden. Ob man dabei eine vollständige Virtualisierung, also die reine Online-Lehre, haben möchte, das ist eine strategische Entscheidung. Im Integrationsmodell sind die beiden Phasen des Lehrens und Lernens nun so organisiert, dass die Inhaltsvermittlung über das Internet erfolgt. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Lehrvideos, weitere offene Bildungsmaterialien, Texte. Wir fassen das auf dem Virtual Linguistics Campus zu sogenannten virtuellen Sitzungen zusammen. Lernen ist bei uns also das Durcharbeiten von virtuellen Sitzungen. Anschließend findet eine völlig neue Präsenzphase zur Inhaltsvertiefung statt, bei der nun das Kompetenztraining im Vordergrund steht. Dass dabei die diversen Kollaborationstools verwendet werden, ist nicht überraschend. Damit die neue Präsenzphase aber auch gelingt, wird ein reiner Wissenstest zwischengeschaltet. Über diesen Test können die Studierenden vorher ihren Kenntnisstand abfragen und nachweisen. Doch wie schaffen wir das alles? Wie bekommen wir diese neue Lehre in die Breite? Meine Meinung, nicht durch eine Evolution, sondern durch eine konstruktive Disruption. Denn eines ist klar, Digitalisierung ist machbar. Die Infrastrukturen stehen. Die Mediennutzung durch die Studierenden kein Problem. Die Erstellung von digitalen Materialien wird immer einfacher und es gibt immer mehr offene Materialien. Daher ist eine Konzentration auf die Lehre möglich. Tja, und die Mehrwerte, die sollten mittlerweile hinreichend bekannt sein. Doch wie bekommen wir das Ganze in die Köpfe? Woher bekommen wir Unterstützung? Nun, die Lehrenden, die scheiden nahezu komplett aus. Bis auf wenige Ausnahmen, und ich zähle mich dazu, gibt es kaum Lehrende, die sich von sich aus als Treiber der Digitalisierung hervortun. Tja, und institutionelle Unterstützung, das ist auch schwierig zu bekommen. Bei den Hochschulen steht die Forschung dermaßen im Vordergrund, dass für Lehre oft kaum Platz bleibt. Und die Politik? Naja, die gut gemeinten evolutionären Fördermaßnahmen haben, wie gezeigt, noch nicht allzu viel bewirkt. Bleiben die Studierenden? Von sich aus haben sie bisher keine integrativen digitalen Lehrmodelle eingefordert. Durch eine konstruktive Disruption, so meine Hoffnung, können wir sie ins Boot bekommen. Denn immerhin sind sie die größte Gruppe an den Hochschulen. Ziel ist es dabei, ihre Alltagswirklichkeit in der Lehre nicht halbherzig, sondern vollständig zu respektieren. So, dass endlich die Abstimmung mit den Füßen kommt. Und das schaffen wir, so meine Meinung, mit neuen Lehr- und Lernparadigmen, mit echten und wirksamen Bring-Your-Own-Device-Konzepten, mit neuen Kursformaten, die den studentischen Alltag verbessern, und mit offenen Bildungsmaterialien. Das Lernen wird so kontrolliert, selbstgesteuert, die Inhaltsvertiefung zu einem intensiven, moderierten Austausch. Ja, und der Lehrer, wie schon 1993 die amerikanische Pädagogin Alison King prophezeite, wird zum Lernbegleiter und wird Teil des Lernprozesses. Und der klassische Hörsaal, der wird zu einem kooperativen Lernort, bei dem mobile Endgeräte selbstverständliche Hilfsmittel sind, wie wir hier aus meiner Lehrveranstaltung sehen. Und beim Prüfen, natürlich elektronisch, spielen reine Wissenstests nur als formative Mastery-Tests im Lernprozess eine Rolle und können von jedem beliebigen Ort abgelegt werden. Und in elektronischen Klausuren? Da werden nur noch Kompetenzen überprüft und die Nutzung des Internet dazu erlaubt. Mit anderen Worten, Bring-Your-Own-Device-Total. So machen wir uns die Studierenden zu Partnern und bieten ihnen alles, was sie auch im Alltag bekommen. Und wenn diese Option erst einmal wahrgenommen und wertgeschätzt wird, dann werden sich die Studierenden fragen, warum bekommen wir denn das nicht immer? Und so wird, das hoffe ich, und ich bin der festen Überzeugung, es wird auch so kommen, so wird die Digitalisierung neuen Schwung bekommen und sich hoffentlich mit höherem Tempo ausbreiten als bisher. Denn noch einmal 15 Jahre Evolution und wir sind endgültig abgehängt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.